schon durch gut dann ja aber mir aber mir ist ja stimmungsschwankungen weiß nicht wo sie kommen vielleicht geschlafen oder besonders gut geschlafen aber es klingt nicht nach einer lüge und wenn er dir die papiere reicht die protokolle von ich reicht sie nicht ihr sondern ich würde ja also du kannst du kurz drüber werfen und kannst dann dicken das ist nicht hergeholt also ja gut ja es überrascht mich aber ich bin froh dass ihr nun ja eure meinung geändert habt aber wollt ihr ihn wirklich auf freien fuß setzen das schlager und wir können ich nie ewig in haft behalten wir könnten ihm einen hessender tempel übergeben wenn ihr nicht seine unschuld feststellen könnt was glaubt ihr dann was ein hessender teppel dann machen könnte ich denke wenn schwester net ja bereits zu keinem ergebnis gekommen ist wird auch ein solcher tempel vermutlich ganz zu tage verändern also ersetzen wir ihn entweder frei oder wir töten ihn was schwebt euch vor jedenfalls kapitan ich habe nicht solche frage sulamin ich richte mir den kragen etwas darüber nachgedacht in anbetracht dessen mit welchem erzdämon ist wie es zu tun haben denke ich ist das was ich gesehen habe vielleicht nun ja das deutlichste bild das man bekommen kann ich bin immer noch dagegen ihn umzubringen ohne seine seele zu bewahren aber wollte bolthax nicht noch seine theorie prüfen aber wie soll ich sie prüfen und ihr könntet mit ihm sprechen ob er jemals eine göttliche erscheinung oder dergleichen hatte das kann ich natürlich tun andererseits von abel mir aber mir scheint sich entschieden zu haben die tür wird aufgerissen und hasswolf hinkt herein abenteuer wir sind da sehr schön nun vertagen wie das dieses thema auf einen anderen zeitpunkt wir sind da also die stadt ist von hier außersicht nicht man kann die stadt erkennen sowohl die zahlreichen schiffe als auch den teppich abenteuer nun dann lasst uns doch den herrn der arche begrüßen wie es ihm gebührt naja moment einen moment noch ich vertage gerade noch etwas marmelade auf meinen zwieback fertig fertig ja gut ich würde dann die die diese papiere dann im schreibtisch einschließen und den verschließen wir wenn ihr nach draußen tretet könnt ihr sie erblicken hat die stadt aus der tiefe mitten auf dem meerturm sich holzbauten trotzen bizarre stahl und korallen konstruktion schiffsgerippe hängebrücken und wehende tentakel das meer wird von einem dichten tankfeld umgeben und ihr könnt fahrerinnen darin erkennen die in den algenteppich hinein geschnitten worden sind oder aber durch den uchuchu hindurch gebrannt worden sind ihr könnt zahlreiche schiffe von unterschiedlichster art erkennen die hier an den kais anliegen und bereits aus der entfernung sicherlich sind es noch zehn meilen also eine stunde die erfahren müsst aber bereits jetzt wehnen euch gerüche herüber und stimmen die ihr nur unverkennlich erkennen könnt ihr seid da ein wahrhaftig einzigartiger ort ich hatte gehofft so etwas nie wieder zu sehen aber nun die götter haben mir das anders vorgesehen was stinkt denn hier so nun technisch gesehen dass die entscheidung hier danke zu nehmen einzig und allein eure kapital ja die götter haben manchmal ein seltsam humor nicht wir werden hier ist sondern möchte betreten wieder auf eine dämonenarche im ort eines unserer größten fehlschläge und diesmal sind wir touristen oder unterhändler wir sollten sehr vorsichtig sein wie wir dort agieren was für ein ungetüm es scheint wenig gemeint zu haben mit den anderen achten die ich bisher gesehen habe hier lässt sich eine große anzahl an sehr seltenen alchemy erwerben wir sollten die möglichkeit nutzen und ich denke wir werden eine weile hier sein wenn wir den angriff erwarten wir sollten unsere mannschaft nicht vom deck lassen du karten gerade soll erhöhte bewacht bereitschaft zeigen da wir erwartet werden kapitan schlage ich wollen dass wir zuallererst unsere aufwartung beim kapitän machen ich denke auch nun dies scheint mir sinnvoll aber keiner von der mannschaft sollte das schiff verlassen nicht alleine nur zu dritt nein gar nicht wenn es nicht unbedingt wenn es notwendig ist dann ja aber sonst verlässt keiner das schiff außer uns im gegensatz zu all den anderen archen könnt ihr erkennen dass sie nicht auf der wasseroberfläche steht und huscht sondern dass sie ihre beinchen ihre gewaltigen spinnbeine ausgebreitet hat acht stück die sternförmig von ihr selbst gestreckt worden sind und an denen zahlreiche weitere äste entlang zweigen und ästeln ihr könnt zerdracken erkennen potten oder geleeren die verwurzelt sind einige sind ineinander verschmolzen so dass ihr gar nichts mehr von ihnen erkennen könnt einige metallbauten ehemalige rotzen eventuell oder andere dinge aus eisen die verformt worden sind alles was den vier unelementen gehorcht und nicht dem eis oder dem wasser wurde wohl in das schiff einverleibt nun dort drüben scheint mir ein guter anleger platz zu sein ich würde man das kommando an unseren waffnägeweiten übergeben und er soll dort anlagen wo ich ihm hinzeige wo es mir eine gute stelle erscheint die noch nicht so verwachsen ist und offensichtlich wahrscheinlich für fremde schiffe gebaut worden ist angelegt wurde wie auch immer ja du kannst sehen dass du irgendwo neben einem festnummerhändler oder sowas anlegen sollst denn a gibst du das nicht vor sondern vielmehr der tankteppich wo du anlegen sollst du kannst auch erkennen wie wohl das gewaltige fressmaul der arche geöffnet ist man könnte auch direkt hineinschwimmen zurzeit knuspert darin wohl kein schiff was dort verdaut wird aber auch dieser weg zum schiffs maul was wohl daneben die vorderseite dieses sterns sein soll wäre wohl ebenso frei zugänglich ja aber ansonsten kannst du dir eine stelle aussuchen wie gesagt neben dem festnummerhändler und machst dann dort fest du kannst dann auch sehen wie dort mehrere krakonische wachen stehen die ihre sperre dann eben gestützt haben sie glänzten vor schwarzem wasser was sie sich irgendwie beträufelt haben und scheinen wohl die art der wachen zu sein die hier in dieser stadt eben ja gang und gäbe sind und nach einiger zeit während ihr euch dann dort anlegen lasst könnt ihr auch sehen wie ein mensch auf euch zukommt mit einem merkwürdigen wappenrock der wohl das ist das wappen der stadt eine große krone und ein wirbelsturm darunter ja mit purpur die goldene königskrone von höchstwahrscheinlich meridiana würdest du meinen denn laut den erzählungen von serpentilio de lazart soll das wohl der prinz von ja von al-anfa sein oder von meridiana generell du hast selbst nie etwas mit ihm zu tun du weißt zwar dass er mir haben abgänger ist aber als du dann in wir haben selbst kurzzeitig war es dass du wenig von ihm mitbekommen der konservativen bemüht sich sehr gern das thema unter den teppich zu kehren nun gut die scheinwollung sein empfangskommando sein lassen uns begrüßen dann plank runter lassen lassen und dann die die das schiff verlassen ja aber sie ist auch das nicht nur kakonia sondern auch menschen in bunten gewändern das ganze hier bevölkern eine wirre stadt auf den wellen die gerüche haben natürlich zugenommen jetzt neben gewürzen riecht es auch nach moder und nach rauch du kannst doch auf der linken seite von dir kennen wieder wohl ein gewaltiger und schul teppich nicht nur unter der arche schwimmt sondern wohl auch eben darüber gelegt worden ist fast so wie eine art pavillon und die ganze zeit tropft das schwarzes wasser herab kannst du noch weitere kakonia erkennen und weitere wesen aus der wasserunterfläche die sich dort genüglich tun und dort diskutieren wie auf einem basar wie wir ein handelswaren weitere zahlreiche schiffe die dort angekettet worden sind und ein verleibt oder herausragend verschmolzen und dann kommt eben der der diplomat auf euch zu bisschen schwierig wirkt das schon und verbeugt sich dann vor euch hat sie die flanke runter lassen und nach unten steigt nun ihr seid der emissär dieser gefärmte archer ja ich habe nicht viel zeit herzlich willkommen wir brauchen für die größe dieses schiffes 80 dukaten am tag und solltet ihr von bord gehen könnt ihr natürlich all unsere konstruktionen in beschlag nehmen wir haben hinten das marktdeck den basar wie gesagt altäre von globomong von wittakal belhall haar wir haben eine räucherei das hurenhaus den schmieds zimmermänner beschwörer lotsen ihr könnt ihr im prinzip alles benutzen was ihr mögt aber wie gesagt wenn eure männer oder ihr selbst das schiff verlassen bekomme ich bitte 8 silbertaler pro tag pro person und noch einmal 80 für euer schiff nun das scheint mir ein preis zu sein dem ich mich nicht verweigern kann korrekt außerdem möchte ich euch dazu anhalten dass hier eiserne neutralität herrscht ihr dürft also niemanden angreifen und euch selbst wird ebenso immunität zugesprochen wie dürfen sehr wohl verteidigt war nun wir sorgen für die verteidigung keine sorge ihr braucht keine waffen nun aber ihr wollt einem alten zwerg doch nicht sein stadt nehmen nun wenn es zu missverständnissen kommt und ihr getötet werdet dann sagt nicht dass wir euch nicht gewarnt haben solltet ihr als kapitän übrigens zu problemen führen dann werden wir euer schiff eben also ein behalten und fressen natürlich nun führt uns doch zum herrn die sache nein wie gesagt ich habe wenig zeit ich bin nur hier um euch einmal die die anker gebühren zu nennen bezahlen werdet ihr dann ganz am ende wir werden selbstverständlich ein auge darauf haben dass ihr den korrekten preis bezahlt denn solltet ihr nicht bezahlen können dann wird euch selbstverständlich euer schiff ebenso ein behalten werden uns wurde avisiert dass wir erwarten werden nun davon weiß ich nichts wie gesagt wenn ihr mit dem meister diese schiffe sprechen wollt dann werdet ihr ihn höchstwahrscheinlich in der mitte an seiner zikkurat finden mit erfolg viel spaß damit geht er wieder weg eine erfreulich glatt laufende herankunft meint ihr nicht nur eigentlich war er sehr direkt und unverschnörkelt und dass die liege gebühren abstrus hoch sein würden wussten wir ja bereits und dies ist der einzige hafen so weit südlich indem man diese laufen sagt der pentilio mit einer hand über das nächste sichtbare schiff schweifen noch sicher anlegen kann entsprechend gut dass er sich natürlich bezahlen und wir sollten kein pfeil verschwinden ihr habt recht wenn ich mich recht im sinne geht es hier entlang zur mitte männer stoppen schneller wir müssen ihr bald wieder weg ein anderer endlob willkommen willkommen ihr was handelt ihr wir handeln gar nicht ich glaube gar nicht ich werde ich den namen drei und schrot nur das nicht gut wir haben etwas mal dass kein stahl unten nicht wahr ich habe gesehen hier oder asia er hätte ja sein könnte dass ihr dann noch etwas nach fest und bringen mögt dann hätte ich euch das abgehandelt ich habe auch so gut dann die schiffsnamen erstmal stolz von fest um kapitän wir haben sind an bord und auch mal was ganz toll das ist alles war wir werden auf euch zurückkommen wir sind gerade in eile ja ich auch ich kann mir das nicht leisten ihr habt ja die die preise gehörte fühlt sich der garten wo wir für meine kleine boote haben das kann nicht sein ich muss ich muss hier direkt wieder ablegen wenn ihr nichts habt und nichts handeln wollt und könnt dann ich bin wieder weg bloß wie dann ja wir sehen uns in fest um wir sehen uns garantiert kapitän bevor wir uns darauf machen die ins herz dieser dämonenarche zu gehen mit dem kapitän zu reden und das möchte auch ein der korr gefälliger hand du kartengardisten als eskorte zusammenstellen dies kostet natürlich wieder geld unsere sicherheit ist nicht in gold aufzuwiegen kapitel ich werde sicherlich man nimmt die ernsthaftigkeit der eisernen neutralität sehr genau nichts wird uns hier wieder wahren wir lassen die du kartengardisten an bord ich bin mir eher meine die sicherheit des schiffs besorgt als um uns und sie könnten nichts ausrichten wie ihn nun ich behalte auf jeden fall mein stab er wurde euch nicht abgenommen insofern naja aber sie haben gesagt wir sollen keine waffen mitnehmen nun ja macht keinen ärger nicht mehr als sonst darauf könnt ihr euch verlassen euer handel fällt auf uns zurück ist euch das klar und umgekehrt in der tat also dass ich denke was der kapitan meint ist wenn ihr in schwierigkeiten kommt dann müssen wir euch heraus boxen wenn wir hier aus boxen bedeutet dass das wir in schwierigkeiten sind wenn wir in schwierigkeiten sind ist der kapitan in schwierigkeiten und wenn der kapitan in schwierigkeiten sind wird die dach und wieder gefressen und wir hängen mit fest ja während ihr dort steht und euch umschlüssig umseht könnt ihr auch erkennen wie der gesamte boden von einem öligen schmier übersät ist und zahlreiche archenkäfer könnt ihr erkennen die hier sowohl oberirdisch herumkrabbeln aber eben auch auf der unterseite und dann von dem schwarzen wasser an dem rand entlang krabbeln der eine oder andere versucht wohl auch die planken nach oben zu stolzieren klein wie er ist teilweise könnt ihr auch sehen wie sie untereinander kämpfe ausfechten oder harz kühlchen transportieren oder körper von toten artgenossen zerkleinern oder teilweise sich auch paare überall sind diese archenkäfer also ich gehe mal aus dass das schiff nur mit tauben verbunden ist und die line die die planke und die eingezogen also und die hohe aber bisher war die planke noch nicht angezogen dann gebe ich dem viel die plak einzuziehen und darauf zu achten dass keine archenkäfer an bord kommen also die seite die tower dieser schrift mit diesem ungetüme verbinden zu erwarten er versucht vielleicht einen einzug und ich kaufe einen warum wollte entkaufen ihr könnt ihn einfach vom bogen treffen nun ja aber die sind dreckig nun ja macht was ihr wollt und denkt dran keine ärger kapital ihr könnt mir vertrauen sage ich mir den breitesten aller grenzen kommt jetzt dann twitter dieses ungutim schreiten wahrscheinlich in serpentin vermutlich oder ja durch die äste könnte dann auf den haupt auf eines der hauptbeine stolzieren die daneben von dem stern ausgehen und dann wie über eine prachtstraße in die mitte des mai hatam wandern zum zentrum der stadt hier könnt ihr ja zahlreiche masten erkennen von schiefliegenden schiffen in alle richtungen stehend überall gibt es taue die gespannt worden sind überall gibt es ein knarzen und auch einen dumpfen herzschlag den ihr hören könnt von irgendwelchen organen des schiffes ein pumpen durch die adern und auch das eine oder andere haus was wohl markiert ist mit roten ist und auch sehen wie andere leute dann hier herumtrocknen irgendwelche piraten oder aber krakonier andere dinge aus dem wasser die dann hier umherlaufen dem alkohol frönen oder aber anderen drogen die dann hier konsumiert werden es stinkt infernalisch könnte noch zahlreiche frosch gestaltige kreaturen erkennen oder auch schreine und kommt dann in die mitte der stadt wo die türme der tiefe nach oben ragen ihr könnt gewaltige hörner kennen und wenn ihr sie einmal abzählt so wie sie nach oben ragen und auch teilweise verbunden sind miteinander durch ja nicht nur durch seile sondern daneben auch durch hängebrücken sechs hörner die hier nach oben ragen anstatt den vier die ihr damals hatte das schiff ist also unglaublich mächtig auch wenn es nur ein daimonoid ist oder ein dämon wie auch immer verwurzelt ist jetzt hier in den in eurer realität ist aber es ist gewaltig und vor euch klafft dann ein großer riss im boden die können nach unten blicken und dort wohl eine arena erkennen um den tempel der orkane der dann vorher irgendwo liegt und eine gewaltige ziggur hat die als palast der winde nach oben ragt ich würde mich mal umschauen ob ich irgendeine art von eingang erkennen kann in dieses wo ich den herren vermuten also du kannst erst mal weiter darauf zutreten du siehst hier durch sie obwohl zahlreiche weitere gasthäuser gibt die dann hier auch ausgeschildert sind wo weitere leute heraustreten beispielsweise auch die kascheme krakenmilch die wohl auch nicht für menschen empfohlen ist nur ein paar wasserwesen die davor sitzen die du so gar nicht benennen könntest und wenn du dann näher an die ziggurat herantrittst wirst du auch eine treppe erkennen können du siehst allerdings auch wieder vor karkonia und auch einige menschen stehen also wirklich eingelassen könnte werdet könnte könnte dir nicht also wie gesagt großer große treppe die dann nach oben und nach unten führt wie in einem harabalschen dschungel ich würde zu einem dieser wächter hingehen serpentirio den brief selbstverständlich doch wir sind geladen vom herrn dieser archer ihr seid nicht angekündigt er erwartet uns er weiß nicht wer ihr seid in der tat nicht er erwartet allerdings jemanden der ihm aus einer klemme helfen kann die er noch nicht kommen sind ich bin aber mir ja murenders kapitän der drachentöter wir werden ihm den namen nennen es sagt ihm delhazares anwesend er nickt mit seinem egelhaften froschhals ekelhafte geschöpfe nicht schlimmer als der erst der bibliothekswerter der alter nicht erneuert ist hier rafims großmeister hieß auch delhazare ich glaube nur den nachnamen zu nennen ist nicht hilfreich und wir werden sehen ob er uns empfängt oder nicht währenddessen kannst du wohl sehen wie ein weiteres kleines frosch wesen auf dich zu schlafen kaufen und was habt ihr denn geht weg ich habe hier sie lieben sind billig wir kaufen wir kaufen keine sklaven und verkaufen auch keine verschwindet wer nicht will hat schon rote ware ihr solltet ein wenig überdenken was das angeht wir kaufen keine sklaven natürlich nun was das kaufen angeht was ich meinte ist kapitan einige dieser wesenheiten sind relativ freizügig mit ihren geheimnissen wenn man sie verkauft und freisetzt könnt ihr die sprache der zieliten selbstverständlich nun ein wenig und glaubt ihr dass ein sklave euch geheimnis verriet das ist seine sache was in den tut während ihr dort steht und wartet könnt ihr wohl sehen wie in einem flatternden roten umhang einen rund rian auf euch zukommt an seinem rücken trägt er einen anderthalb ender hier die helden kommt mit ich muss mit euch reden wir müssen ungestört sein wer seid ihr überhaupt undriani aus der held kommt mit wir sind ja ja ich würde mitgehen gehen wir ins gasthaus über den wogen da kann man als mensch gut sitzen wenn ihr gemerkt seid kapitan soll vielleicht jemand hier bleiben und unserem platz in der schlange warten er wird und wissen wo wir uns finden können wir sind ein riesiges gasthaus gleich nochmal über den wogen kommt mit über die wogen so verstanden und so ist es nur ein kleiner weg den ihr von der zikora nehmen könnt vorbei an dem merkwürdigen loch mit der bayad arena wo ihr unten kämpfe hören könnt die wohl auch unter wasser stattfinden wohl noch zahlreiche weitere geschosse die dann wohl nach unten ragen und dann unterdurch verborgen sind vor allem serpentilio kann das bestätigen der bauch der arche ist wohl noch tiefer und ragt fünf stockwerke nach unten und während ihr dann nur wenige schritt weitermachen können zum gasthaus über den wogen könnt ihr noch mit einem knirschen ein paar archenkäfer zertreten die sich nicht ganz schnell weiter weg bewegen können es hat piratigen flair überall hängen irgendwelche steuerräder herum oder rotzen die herumstehen irgendwie an die wand eingebettet oder in die wand eingeschmolzen irgendwelche taue oder netze die dann dort runter hängen und schmierige tische das scheint wohl aber eins der besseren gasthäuser zu sein auch wenn ihr die anderen noch nicht gesehen hat aber serpentilio wird anerkennen dass das tatsächlich als das bessere ist und hier sitzen dann eben auch normale menschen wenige kakonia oder andere abschaum mare oder so etwas und könnt dann auch euren blick schweifen lassen viele südaventurier würdet ihr sagen komm mit ich habe euch haben wir haben uns ein hinterzimmer ein hinterzimmer da sind wir unter uns gut das letzte mal wurde jemand in einem hinterzimmer umgebracht erinnert ihr euch noch nun wir werden sehen greife meinen stab etwas fester und bereite mich auf den unweigerlichen hinterhalt vor